Unsere Diplomatie sagt, dass wir ihm ein bisschen Geld schenken sollten. Und dann natürlich nahezu unmöglich. Das ist schade. Oh ja. Natürlich. Ja, das trifft auf mich zu. Ist das so? Ah ja. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. So, jetzt reicht's mir aber. Jetzt baue ich hier irgendwo... Hier kann ich noch Ziegel abbauen. Hm, 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 hm. Noch ein Lagerhaus. Und wo sind wir jetzt hier? Da sind wir. Die meisten Leute haben ganz schön Respekt vor einem Magier. Wirst schon sehen. Hm, hm. Ich glaube auch, Willi. Ich glaube sie dir. So. Hast du denn alles vergessen, was ich dich gelehrt habe? Und hier unser schönes Transportschiff. Das kann jetzt aufhören in... ...hier welche zu entladen. Und unser kleines... Wo haben wir das denn da? Flaggschiff? Ah, das Schiff ist schon da. Das holt sich jetzt hier mal ein paar... Siegel und Scheiben. Das sind ja Zustände hier. Hier geht nix voran. Schiff vom Stapel gelaufen. Hm, 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 hm. Was macht ihr noch? Schweine. Okay. Hopfen. Hopfen ist doch, denke ich, auch stabil, oder? Obier haben wir immer noch. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Hopfen haben ein Defizit. Hm. Heizen auch mittlerweile wieder. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Ist ja nicht gut. Also, ein bisschen Hopfen. Also, dieser Bierkonsum. Der ist schon enorm. Ich wollte hier noch ein Lager aus hinstellen. Oh. Naja, wird nicht schaden. Jetzt kostet das halt eigentlich 500 im Unterhalt. Okay. Die Waffenruhe wurde beendet. So. Wo ist eigentlich hier mal? Ich kann hier ja mal... Nein. Diese Route hier ein bisschen pausieren. So. Und jetzt wollte ich ganz konkret Ohne die nötigen Elemente können wir keine Reaktion erwarten. Ja, das tut mir leid. Ich habe vergessen, dass wir noch ein bisschen Gold schmelzen müssen vorher. Ja. Ja. Ich habe Angst vor mir nicht. Ich bin ein bisschen Willkommen in der Manufaktur. Wie, Gold haben wir immer noch nicht. Ich hatte doch extra ein Schiff abgestellt. Schön, dass Sie sich Zeit für die Feinheit erneuern. Was Gold hin und her transportieren sollen. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Okay, ich sehe das Problem. Schön, in Zeiten wie diesen ein freundliches Gesicht zu sehen. Hat hier irgendwer Ziegel im Angebot? Nein. Ich fürchte nicht. Ich nehme das mal mit und bring das mal in die neue Welt, damit hier mal ein bisschen was passiert. Solange ich hier nämlich kein Gold habe, braucht ihr auch nichts produzieren. Ich schaue mir die Kinder an und frage mich, ob die es mal besser haben werden. Ach, warum ist denn das eine Polizeiwache? Ich wollte eine Schule bauen. Eine Schule. Wunderbar. Oh, was fehlt euch? Selbst in der Fabrik bin ich lieber als hier. Ach so. Kein Glauben. Ich könnte wetten, du steckst uns im Königshaus unter einer Decke. Ah, wo? Und, die Ziegel sind wieder aus. So, naja. Erwarten neue Horizonte. Eigentlich, ach, die andere hat doch hier immer einen schönen Dampfer. Mein Bruder kämpfte gegen la Corona wie ein Stil. Er wurde ermordet. Ne, so viel gebe ich da jetzt nicht für aus. Das ist doch ein bisschen zu viel. Also, das ist ja irgendwie ja die Hauptbeschäftigung, zu gucken, an was es jetzt den Leuten wieder fehlt. Ach, ich hätte es einfach so lassen sollen. Wieder an Nähmaschinen. Wie üblich. Was will euch? Lehm, um die Menschen zu füllen. Da ist sie. Wo gehen eigentlich die ganzen Ziegel hin? Dann baue ich hier auch nochmal ein paar Ziegel rein auf. So. Oh ja. Oh ja. En Lakai gab es, glaube ich, hier. Jawohl. Ah ja. Jetzt fehlt der Beton. Okay. Na. Haben wir jetzt. Jawohl. Beton haben wir ja. Bringen wir ein bisschen Beton vorbei. Ähm. Das ist ja nochmal hier. Ahem. So. Volle Segel. Soll sich ja niemand beschweren können. Schönen Tag auch. Es mangelt an Arbeitskraft. Eigentlich ist Bier. Bier ist so ein Dauerproblem. Nehmen. Hm. Na ja. Weizen wollten wir nochmal schnell produzieren. Hopfen brauchen wir auch noch mehr. Malz passt eigentlich weitestgehend. Aber Hopfen. Hopfen und Malz. Äh. Weizen. Ja und Malz halt da. Dementsprechend auch. Äh. Wollen wir natürlich noch ein bisschen mehr Hopfmann. So den Weg. Ah ja. Den müssen wir. Zumindest so verlegen. Wir brauchen dringend ein Lager. Sparsamer geht's nicht. Na nu. Fang doch nicht einfach in der Mitte an. So. Da haben wir eins. Das machen wir. Na. Auf derselben. Quasi auf derselben Höhe weiter. Und hier nochmal eins zum Abschluss. So. Es mangelt an Arbeitskraft. Jetzt haben wir da auf jeden Fall erstmal. Hopfenproduktion sollte jetzt passen. Hierroll. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Dann Weizen. Sehe mir fest in die Augen. Ganz fest. Nein. Hängen gelassen. Schon wieder. Ja. Tut mir leid. Ist besser so für uns alle. So. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das mal brauchen werde. Da oben. Aber ich würde es mir jetzt ungern komplett verbauen. Dann möchte ich doch so ein bisschen Platz da lassen. Ich meine hier habe ich ja schon den Zugang. Aber ein bisschen Platz muss natürlich an der Küste auch noch sein. Ich will sie nicht bestrafen, doch sie lassen mir keine andere Wahl. Och schon. Was ist denn los? Ich dachte wir sind hier Best Buddies. Überlasse Beryl ihren Anteil. Was? Oh, das finde ich nicht in Ordnung. Nun, statt zu verhandeln, kann man sich auch etwas einhandeln. Sie sind zu großzügig. Ich weiß. Ich weiß. Ei, ei. Du wirst dir schon bald einen Namen machen. Die Menschen lassen sie hochreden. Es mangelt an Arbeitskraft. Weil es an Tacos, äh, nicht an Tacos, an Tortillas mangelt, offenbar. Ähm, wo bauen die, ach die bauen die da oben irgendwo an, oder? Oder produzieren wir. Wobei es an Rindfleisch hauptsächlich hapert, offenbar. Willst du uns zuschauen? Nö, kann ich da auch... Ah ja, Mais. Perfekt. Hm, 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 hm. Ach, das muss direkt ans Gebäude. Nö. Das ist endlich mal ein Fortschritt. Das freut mich. Holz. Holz produzieren wir hier leider auch nicht. Das ist eigentlich schon eine ziemliche Tradigödie. Bereit für neue Befehle. Was wir hier alles nicht transportieren. Äh, nicht herstellen. Ist nicht meine Schuld. Ziemliches Trauerspiel, würde ich sagen. Erfahrung lehrt die Menschen so vieles. Vorsicht etwa. Okay. So, aber... Äh... So. Jetzt sollte hier unsere Getreideproduktion aber wieder stimmen. Jawohl. Malz. Denk ich, bauen wir noch mal ein bisschen aus. Hm, 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 hm. Bier, Bier. Haben wir jetzt... Mangel. Immer... Achso, Quatsch. Hm, nein, das wollte ich auch nicht. Ich wollte doch nur wieder zurück. Zu meiner Hauptinsel. Und zwar wollte ich hier noch eine Melze bauen. Hammer, ja. Oh, hier protestiert schon wieder irgendwer. Das kann ich nun nicht gut heißen. So. Der letzte Schliff und... Tada! Wir sind bereit, um die Arbeit schnellstmöglich vorzuführen. Ein bisschen Gold haben wir jetzt auch. Sind Sie neugierig? Na, vielleicht ein bisschen. Hm, 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 hm. Ah, da unten. Warum protestiert ihr denn? Aber es ist ja mit Polizei abgedeckt. Ihr seid einfach nur so unzufrieden, wie mir scheint. Gut. Verbrauche ich eigentlich hier den Schnaps? Den könnte ich auch woanders braun Wie viele Brauerinnen haben wir denn jetzt hier? Schnaps Brauer rein? Schnaps Brenner rein Da unten ist eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf? Ist hier noch was? Ne, elf Das könnten wir ja auch direkt hier produzieren Was gibt's denn hier? Bierfest Da muss nämlich nur noch der Schnaps transportiert werden Ahja IC Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Meh Fast Was nicht passt, wird passen gemacht So Und Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt Also du kannst natürlich jetzt hier ein bisschen entladen Zack Uns fehlen Waren Jetzt haben wir hier in ausreichendem Maße, aber jetzt haben die hier auch noch die Stadt angesteckt Eine unvorsichtige Veranlagung kann zu negativem Chi führen Äh So Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Sie Müssten alle Ach da ist noch eine Hälfte Macht Könnt yesterday Das Raphael und du bist jetzt natürlich ein wenig überarbeitet das verstehe ich dafür gibt es jetzt dann hier einen schönen weg und auch du völlig überarbeitet alle allesamt völlig überlastet von mir aus freigegeben wahrscheinlich sollte ich noch sollte ich das er da oben hinstellen wobei hier ist jetzt eigentlich mehr los naja darum geht es nicht okay hier meine schönen kartoffel transporte werden dann jetzt mal getauscht gegen schnaps schnaps rein und schnaps raus das kriegt er ja hin was ihr wahrscheinlich nicht hinbekommt ist genau das erstmal wieder loszuwerden es mangelt an arbeitskraft hier wieder los noch mehr tun können als mangels an bananen errichtet dann vielleicht auch anderen beidem einfach naja nicht zu schlimm nicht zu schlimm ohne holz doch ein bisschen schlimm ich sollte wahrscheinlich auch einfach da eine holzplantage hinstellen dann gäbe es dieses ganze problem nicht mein leben seid ihr jetzt hier eigentlich ahja die uni ist zweit weg die meisten sehen sich doch eh nur die bilder an ja ihr wollt die taschenuhr nehmen hier an ja ihr habt interesse auch an einem bankenhaus ein bankenhaus kann ich euch leider noch nicht zur verfügung stellen genauso wenig leider rum da brauche ich erstmal einen haufen ingenieure für ok dann brauche ich hier erstmal ein bankenhaus noch eine uni irgendwo vielleicht hier wobei sie mir da eigentlich gar nicht gefällt eigentlich sollte ich es hier oben bei allen verbauen weil hier wäre jetzt erstmal alles in dem entsprechenden umfeld angesiedelt ja ihr könnt auf jeden fall ah naja duplomatie ich sehe sie haben elegant ich habe wichtigeres es passt mir gerade nicht hab ich befürchtet duplomatie es hat jetzt ich sehe hier